hallo minecraft herzlich willkommen zur nächsten folge skyfactory haben jetzt lange genug schon rum gemacht mit dem versuch uns ein jackpack zu bauen und deshalb werden wir jetzt diese folge ist endlich mal in angriff nehmen muss nur einmal die kühe hier noch vermehren damit wir wieder zwei haben ich will ich auch noch so jetzt sollten wir vier leder haben jetzt noch zwei genau und dann können wir uns ein jackpack bauen der gürtel braucht nämlich vier leder das war die ganze zeit unsere stelle an der es gehangen hat einmal den berg dann bauen wir das hier sulfur kupfer in die mitte das weiß ich noch das glaube ich dahin brauchen dafür nicht mehr brauchen wir nicht okay redstone zulfur haben wir zum glück eins ein paar so das haben wir auch dann müssen wir uns diese bauen glas redstone leadstone ich glaube davon kriegt man mehr raus redstone glass wo haben wir den glas ja jetzt ist das mal gleich wahrscheinlich brauchen das sowieso so geht schüttel sechs stück nirgendwo zurufe und das hier einmal nirgendwo und brauche 4 und zwei Redstone Reception Coils, die müssten noch irgendwo haben dachte ich zwei Stück und für den Silberdinger brauche man auch zwei gut, dann brauchen wir vier Copper Gears gut, dann müssen wir noch ein bisschen gut holen irgendwie haben wir heute ich weiß nicht warum, wir haben aber Lags und diesmal liegt es glaube ich nicht daran, dass ich irgendwas verpeilt habe unten so, dann die oben und da kommt glaube ich noch Redstone rein davon braucht man doch bloß einen ne, zwei ist richtig davon zwei, davon zwei, davon zwei, davon zwei, davon zwei und hiervon auch zwei so, das war es eigentlich schon so und da kommt glaube ich zweimal Leadstone hin genau bam so, dann dann gucken wir mal nach dem nächsten das ist ein harten Jetpack mit Inva Bronze Bronze geht glaube ich mit Kupfer und Tin haben wir hier noch Tin Inva haben wir einen Haufen wie war denn Bronze wie war denn Bronze wie stellen wir Bronze her Hallo Hallo Kupfer und Tin In in Aloe Melder ok läuft holen wir uns mal ein bisschen Tin das ist glaube ich das hier das war Silber wenn es das jetzt hin das dauert jetzt ein bisschen dann können wir mal gucken was wir sonst noch so brauchen mit leadstone Fluxgebäßeter auch nochmal jetzt haben wir auch kein Dingsdorjumau einen was ist denn hier ok wir müssen noch ein bisschen Zeug holen gut schau mal dafür noch mal ein paar das war glaube ich so oder? nein doch ok Invar Redstone Redstone Reception Coil haben wir Invar haben wir das hier brauchen wir jetzt dann brauchen wir nochmal mal Silber das ist wieder Tin so ich habe hier auch schon ein bisschen aufgeräumt da kommt nämlich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge die das weitere Vorgehen für den kurz gucken das habe ich schon wieder vergessen man bin ich heute vergesslich 4 4 Zahnräder brauchen wir 4 Zahnräder brauchen wir davon 2 jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch mehr das passt Redstone und Invar dann müssen wir das hier noch verkraften Invar Redstone so nicht so nicht wie ging denn das noch gleich so rum muss der voll sein Ah unten kommt ein Tin rein das ist ja tricky das Jetpack hier D2 da und dann wahrscheinlich dann nochmal Invar damit es harbend ist und dann Elektrum machen wir nochmal noch mal ein harbend Flugsgepässe da oh Gott ich will einfach gleich ein gescheites Jetpack haben ja warte mal wir gucken mal ob wir das überhaupt so bauen können guck mal hier da braucht man nämlich ein Bucket also dann war es das jetzt erstmal ja geh raus hier wir haben unsere Jetpack das müssen wir jetzt nur noch irgendwo aufladen hmm 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 hier charge plate charge sphinx on contact use a multimeter while sneaking to configure it um hmm hmm okay redstone ich werde mal schauen das finde ich nämlich cool da kann ich einfach draufstehen und dann macht der mir das plateframe invar fused signalung haben wir davon was dann müssen wir gerade mal gucken wie wir das kriegen silber kupfer und redstone wie viel von welchen und wie viel gibt es davon vier drei kupfer ein silber zehn redstone drei kupfer drei kupfer ja haben wir gut und nicht nicht aber warte mal da müsste doch irgendwie noch kupfer drin sein gut kupfer naja große jetzt dann brauchen wir was kommen was muss man denn noch bauen redstone elektron wie viel elektron haben wir noch eins dann können wir das wahrscheinlich auch gleich mal schmelzen das ist gold und silber wahrscheinlich im aloismelder halbes deck davon halbes deck davon auch das braucht lange hin auch das braucht lange hin ok fused quarts haben wir glaube ich hier haben wir sogar und das ist bald mehr fertig hier 5 9 7 8 9 gut die signalung haben wir und ok die plate haben wir hier und die müssen wir jetzt eigentlich nur wenn ich das richtig verstehe fangen wir mal fluid transposer den haben wir glaube ich schon gebaut den haben wir doch den haben wir schon gebaut resonant brauchen wir den aber hier hier kriegt man den resonant hier gucken wir mal aber der kann das nicht aber ich habe halt auch keine hier hier basic elektroniker 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 gemacht da muss man nämlich nicht zu mcfisto irgendwie rüber das ist ja die sie so und jetzt können wir hier mit dann machen so so das uns mal gucken fluid transposer nach der bauern und markus ok dann stellen wir das mal dahin und dahin und dann noch ein magma mit dem weg im wagen nur die es machen und schnell zwei stück Let's do an EnergySell. Das ist das falsche Glas. Ein Maschinenframe brauchen wir noch. Ah, dann war es sogar vorrätig. So, machte mal. So, und so. Hallo, jetzt leckt es wieder. Gut. Dann können wir hier wieder aufräumen. Oh, passt das Gier hier nicht mehr rein. Das machen wir alles mal weg. Und dann gehen wir mal kurz. Unser erstes Mal im Meter jetzt noch schnell. Und dann haben wir nämlich in der Folge sogar richtig was geschafft. Oder beziehungsweise wir laufen jetzt noch vor zum Meter. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in der Meter und holen uns noch das verbleibende, was uns fehlt für den Charger. Ja, für das Charge Plate, äh, für die Charge Plate. Das hier finde ich auch ein sehr cooles Gebäude. Das habe ich gerade gesehen. ähm, gesehen. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat. Ich werde mal spickeln, ob ich hier irgendwas sehe. Ne. Also wer auch immer das war, ähm, hat sehr cool gebaut. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Das ist wirklich schön geworden. Und falls du meine Folge siehst, dann kommentier doch mal unten und sag mir, wer du bist, wer gebaut hat. Mit ME-System und allem drum und dran. Ich glaube, ich spinne. Der ist ja richtig abgegangen. Und da ist noch mega viel Platz. Holla, die Waldfee. Ich habe keine Ahnung, was der hier alles macht. Aber es sieht nice aus. Was ist denn das da hinten? Ah, eine Mülltonne. Okay. Überlaufschutz. Auf jeden Fall, riesen Kompliment. Gefällt mir sehr gut. Modern. Modern gebaut. Hat was. Gut. Das war es auch schon von dieser Folge Sky Factory. Auf dem Projektserver hier mit, ja, wie ihr seht, einigen anderen Spielern auch. Ein paar davon findet ihr in der Beschreibung. Schaut einfach mal rein. Und wir begeben uns das nächste Mal in den Neta. Ich hoffe, wir kommen ohne sterben zurück. Wir dürfen da ja hin, weil wir die Brücke gebaut haben. Und darf ich mir jetzt hier einfach irgendwas rausnehmen? Bitte nur Maschinen und Tauschbox. Kann ich mir hier einfach was rausnehmen? Ja, theoretisch schon. Okay. Ja, wollen wir aber gar nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.